Die Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Steinlachstraße im Baugebiet Steingecke in Reutlingen-Alpenburg wurden in den vergangenen Jahren bereits schrittweise erneuert. Die neueste Attraktion ist jetzt bespielbar. Eine Turmkombination bestehend aus zwei Türmen, die über eine Dschungelbrücke verbunden sind, erweitert das Spielangebot. Aufstiege in verschiedenen Schwierigkeitsgraden sind an den Türmen angebracht, sei es über eine Kletterwand, ein Kletternetz oder über eine Leiter. Natürlich darf auch eine Rutsche nicht fehlen. Die Baukosten für die neue Spielturmkombination liegen bei ca. 39.000 Euro.